Weitere Zeit! Es ist alles anders. Margie Fritja! Werft der Fing? Werft der Fing? Werft der Fing? Eine Fing? Talitzong! Talitzong! Ehm... 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 Tade! Danke! Zucker! Das ist super! Also, jetzt ist der Christian Christen gelaufen. Der kommt sofort, dass du möchtest. Aber sofort! Koffer! Er hat sich... Aber ich glaube... Das ist super! Das ist super! Das ist super! Danke! Danke! Das ist super! Okay! Jetzt kommt uns einmal offiziell! Jetzt bin ich alles mal offiziell! Okay! Das ist uns eine große Freude! Und damit! Danke! Danke! Und dem, balanced Tabell! Danke! Und der MK-Modul! Danke! Wenn der Focke auf die Bühne kommt, dann ist es fast logisch, dass ein Focke auf jeden Fall kommen wird. Der Focke auf den Focke auf die Bühne kommt. Okay, one, two, three! Ich bin Frieden, oder? Der einzige in Migrationshintergrund. Hey, aus Wien. Yeah! Donnerstadt. Feel alright? Feel alright? Yeah, Peter! Aus Reisestadt. Reisestadt. Gellert Schmitt am Piano! Apas! Es ist ein Kanzel. Halt mich Schmitt! Sag es! Ich bin ein großer Ingenieur, ein großer Ingenieur, ein großer Mann, das ist Besiek, das ist mein Fähig, auch ein großer Ingenieur, ein großer Ingenieur, ein großer Ingenieur. Vielen Dank. Ich bin der Mann, ich bin der Mann! 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 Ich trau keinen unter 50! Ja! 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 100 Gramm! 10 Gramm! 7 Gramm! Danke! Rina Junt! Rina Junt! Danke schön! Danke schön! Wenn ihr das von mir spielt, auch wieder mit Schatten! Ja, Bernhard, wo bist du? Junge Männer! Wenn ihr nicht teuer ist, dann spielen wir noch eine Nummer! Spüren wir, was wir sind teuer ist! Ein schon mal! Wir spielen trotzdem mal, was wir sind teuer ist! Ja! Danke schön! Danke schön! Und jetzt kommt es an! Wir sagen die Young Torns! Noch ein bisschen Zeit! Die Young Torns at Facebook! Da gibt es alle Neuigkeiten! Und die nächsten Auftritte! Und wir würden uns freuen! Und wir! Zu uns kommt! Danke! Und 로! Und Applaus für unsere Radio! Applaus für unsere Radio! Applaus für unsere Radio!